Musik 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 Reden, schützen, bergen und löschen. Im Einsatzfall muss die Feuerwehr bestmöglich unterstützt werden. Der Einsatzleiter benötigt so rasch wie möglich ein Bild über die Einsatzlage. Firepad zeigt dem Einsatzleiter alle Informationen über den Einsatz zum Zeitpunkt der Alarmierung. Diese werden zeitgleich mit der Sirenenalarmierung automatisch von der Landeswarnzentrale übermittelt. Mit der Firepad-Anfahrtsunterstützung wird die Feuerwehr zum Einsatzort navigiert. Hydrantenstandorte, Wasserentnahmestellen und weitere Points of Interest können eingeblendet werden. Zeitgleich sieht die Einsatzzentrale, die Florian-Station, über eine Interface-Webseite die aktuelle Position des iPads und kann bei Bedarf über Funk zusätzlich unterstützen. Am Einsatzort wird das Firepad von einem Melder bedient. Dieser dokumentiert den Einsatz und die Schadenslage. Das Lagefoto ist auch sofort in der Einsatzzentrale abrufbar. Wichtige Informationen und Telefonnummern können über eine Nachrichtenfunktion an das Firepad übermittelt werden. Der Melder erstellt mit Hilfe des Firepads die Einsatzkurzmeldung, führt das Einsatzprotokoll und erfasst die ausgerückten Feuerwehrkräfte und die Daten von beteiligten Personen. Nach dem Einsatz wird das Einsatzprotokoll gedruckt und verrechenbare Einsätze mit der Rechnungsfunktion abgerechnet. Mit Sicherheit unterstützt Firepad Notatürk 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 Vielen Dank.